Herzlich Willkommen, bin der Klaus 11 und 12. Heute würde ich gerne die AMD R9-92 mit der Nvidia GTX 87 Grafikkarte vergleichen. Zuallererst muss ich sagen, dass es hier ein etwas unfairer Vergleich ist, da die R9-92 deutlich billiger als die GTX 87 ist. Doch die Leistung sollte vergleichbar sein und außerdem haben viele Leute um dieses Video gebeten. Zudem sollte ich euch auch wissen lassen, dass ich nur die Möglichkeit gehabt habe, die Referenzdesigns dieser Karten zu testen. Die Leistung würde somit bei Aftermarket-Designs besser ausfallen, nicht vergessen. Aber genug Gerede, kommen wir jetzt zu den Benchmarks. Also gut. Gut, diese zwei Karten sind richtig toll, muss ich sagen. Aber dieses Mal ist es richtig, richtig leicht, einen Gewinner zu wählen. Es ist definitiv die AMD R9-92. Sie kostet weniger als die Nvidia GTX 87 und bringt trotzdem genauso viel oder sogar noch mehr Leistung in gewissen Fällen. Sogar der Stromverbrauch ist deutlich geringer als der der GTX 87. Da gibt es nur einen Test, wo die Nvidia-Karte gewonnen hat. Und das ist der Temperaturtest. Die AMD R9-92 erreicht maximal 95 Grad Celsius, wie auch die 290X. Die GTX 87 erreicht hingegen 83 Grad. Nur muss man halt beachten, dass dieses Problem bei Aftermarket-Designs behoben ist. Also ganz klar ist, wenn man sich nicht entscheiden kann, ob man die R9-92 oder GTX 87 nehmen soll, dass man zur R9-92 greifen muss, wenn man auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achtet, was offensichtlich hier bei AMDs R9-92er viel besser ist. Trotzdem ist es am Ende eure Entscheidung und nicht meine. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie bei der Wahl behilflich sein. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und besucht Niklaus1112techx.com, um dort Videos früher als auf YouTube zu sehen.